Ja, hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Part 2 von Die Sims 4 mit Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Ja, wir haben aufgehört gehabt. Nein, ich möchte jetzt kein Grundstück kreieren. Ja, ich habe einen dicken Pulli an, wie man sieht. Scout. So, wir spielen weiter mit unserer Familie Miss. Mit dem Geheimnis von dem Papa, von dem Victor. Das Geheimnis dürfte jedem bekannt sein inzwischen. Er hat was mit dem Kindermädchen, wie man hier sieht. Während sich unsere Marina Messia um die Tochter kümmert. Ich kann sie jetzt gleich erstmal kochen lernen. So, da ist er ja hier, ne? Ingenieur. Sehr politisch. Er geht definitiv in die Politikkarriere. Ne, weil er ist halt so, hier, das Reiche, arrogante. Ja, in heimischen Schlafzimmer schmusen sie hier rum. Ob das der Frau so gefällt, wissen wir nicht. Aber die kümmert sich natürlich um ihre Sachen. Wie sie sich zu kümmern hat. Simbi! Während unsere Kara hier mit Puppen spielt und die Fantasierfähigkeit erworben hat. Wie süß. Ist das allgemein so richtig niedlich. Sie ist so süß. Zwar nuckelt sie die an, aber naja. So ist das Leben. So ist das Leben. So ist das Leben. Sie kümmert sich hier ums Kochen. Sie hat mit ihr ja eigentlich wenig zu tun. Ja, ja, geh mal aufs Klo, wenn dein Mann da ist. Das passt schon. Oh, no, 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 no. Komm, du machst mal Grillkäse für alle. Weil du bist ja hier unsere Haushalts-Tussi. Ich bin mal gespannt, wie es noch so weitergehen will. Wenn sie rauskriegt, dass die was miteinander haben. Es wird nicht lustig. Es wird definitiv nicht lustig. So. Was, damit die ja nichts essen. Er ist auf jeden Fall ein Tier in der Politik. Und sie ist halt hier, ne? Und so. Hier kann man die Kleinen in den Schlaf, das ist auch so süß, ne? So, nehmen wir mal einen Screenshot. Der brauchen wir ja auch, ne? Wie man hier sieht, ich habe hier halt auch, ne? Okay. Liegt etwas komisch da im Bettchen, ne? Okay. Schön. Das ist ja sehr nett. Kann man auch mal machen. Also ist jetzt nicht gerade die feine englische Art direkt im Bett neben dem Kind? Du schläfst da aber schon mal gar nicht, ne? Das ist ja wohl... Das ist schon eine Höhne Nummer. Ja. Ja. Hier oben sieht das irgendwie im Moment nicht so schick aus, aber... Da kümmere ich mich jetzt gerade noch schnell drum. Weil irgendwie... Ich mag es sehr gerne, wenn man so ein bisschen romantische Beleuchtung... Also ich mag diese Kerzen, die du hier holen kannst, sehr, sehr gerne. Hab die gerne auf den Nachttischen stehen. Hier zum Beispiel sowas. Hab dementsprechend auch gerne, ne? So kleine Pflänzchen hier stehen. Ich mag sowas halt, wie gedacht, sehr, sehr, sehr gerne. Die Lampe finde ich irgendwie weniger cool. Geht die Wege nicht. Ich guck also schon immer, dass es ein bisschen passen muss. Es muss schon, also... Ich finde die Beleuchtung jetzt halt auch nicht sonderlich schick. Muss ich gestehen. Die Lampen sind allgemein alle nicht so sonderlich schick hier. Was ist hier los? Hier könnte man es auch noch ein bisschen schicker machen. Ich finde die Blumen. Ja. So kleine Details finde ich persönlich halt immer ein bisschen schöner, ne, weil es wird auch noch kommen, dass ich dementsprechend auch mal ein Haus bauen werde also ihr werdet nicht nur sehen, dass ich jetzt Häuser nehme, die sowieso schon existieren also es wird auch schon noch welche geben die ich selbst bauen werde, also das ist jetzt gerade einfach nur um die Geschichte halt vernünftig zu erzählen so wie es halt auch sein soll die haben doch jetzt nicht ein Kind gemacht, oder? Na toll Geil Der hat die geschwängert, Alter Schön Und das habe ich jetzt noch nicht mehr so gewollt Nett Pimpert der einfach fremd und schwängert die, Alter, auch noch Ach ja, ist das ja Oh Junge Das wird ja noch interessant hier Das ist die alte Schwange Nett Das ist ja super Das war so definitiv nicht geplant Aber gut Aber gut Hm Also, die Geschichte wird auf jeden Fall doch interessanter als gedacht. Aber ob die nicht irgendwie gleich auch mal drauf kommen muss. Was haben wir denn hier? Ich hätte irgendwie gerne eine Dusche. Das nervt mich ein bisschen, wenn ich keine Dusche im Hause habe. Schon besser. Jetzt passt dieser Teppich doch nicht mehr hin. So. Wie gesagt, die Frau ist halt so diejenige, die sich wirklich hier um das Kind kümmert. Und, ne, Larissa ist so, die halt aufpasst. Ups. Okay. Du nervst mich richtig an, Typ, dass du sie jetzt geschwängert hast. Fuck mich richtig ab eigentlich. Das war jetzt, wie gesagt, so nicht geplant. Aber gut. Es nimmt seine eigene Wendung. Und, wie gesagt, so nicht mehr. was ist da los ziviler ungehorser ein verschlagenes großunternehmen hält in einem nahegelegenen hotel einen vorstandsmeeting ab und viktor muss sich entscheiden ob er die veranstaltung crashen oder einfach nur teures essen auf kosten der firma bestellen soll ich will keine gruppe kann es weiterhin kochen lernen das ist einfach so süß so 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 Das war's für heute. Wann hast du sie da jetzt reingesetzt? Solltest du ihr aufs Töpfchen beibringen? Also, aufs Töpfchen gehen, beibringen! Hallo, Deutsch! Hm. Kampagnen-Assistent, finde ich schön, läuft alles so, wie es da rufen soll. Ups. Was hat denn deine nächsten Aufgaben? Jetzt Charisma. Spaß hast du momentan keinen, dann geh fernsehend. Na komm, du sollst sie jetzt schon erwischen. Danke. Jetzt übertreiben muss man gerade ein bisschen. Gut, sie hat das jetzt auf jeden Fall schon mal mitgekriegt, dass die da was am rumflirten sind und ist deswegen auf jeden Fall auch schon mal sauer. Das ist doch schon mal gut. Pfff. Pfff. Und, meine Liebe, danke schön. Hallo, davon hätte ich gerne auch. Das Techtelmächtel von ihr war sogar noch mittelmäßig. Ja, ich bin gewünscht. Dann ist du aber allerdings auch. Wer mir trug erwischt, schön. Ich bin gewünscht. So, das reicht erstmal. Und Kind schläft. Ich bin gewünscht. Ja, gut. Die Trennung kommt schneller als ich dachte. So zwar nicht geplant, aber gut. Mal gucken, da er so ein Arsch ist, bin ich gespannt, wie das definitiv doch weitergehen wird, jetzt nach dieser Aktion. Aber wie es weitergehen wird, das sehen wir in der nächsten Folge. Ich danke euch jetzt auf jeden Fall schon mal fürs Zuschauen und wünsche euch dementsprechend viel Spaß. Und wir sehen uns in Part 3 und gucken, wie es weitergeht. Bis dann. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017